Kaffer Dude. Aber was brauche ich denn noch für Level 3? Das ist ja unglaublich. Leben, Marvin. Alle anderen schon bei... Ich ahne nicht. Mir fehlt aber nur noch ein dummer Minion. Oder der Double, der hätte auch gereicht. Nein. Und ich sag noch so... Kata ist nicht so ein guter Pick-In-Wagger. Aber gut. Ich mach ja nicht die Calls in dem Film. Oder seid ihr auch quick ready? Jo. Wir haben zwei gewartet, aber es ist egal. Okay, okay. Rein, 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 rein! Oh Gott. Mhm. Das ist echt egal. Sorry Marvin. Ich hab gefragt, ob ihr ready seid. Ja, aber Maren hatte dann schon geäht. Ja, dann hatte ich engaged und dann hab ich gemeint, jetzt müssen wir warten. Komm jetzt nochmal runter. Seid ihr ready? Ja. Ja. So, jetzt lauf ich durchs Wort durch. Jetzt hast du gesehen. Ja, jetzt bin ich drauf. Ja, zurück, zurück. Ja, ja, will ich ja. Ja, ja, will ich ja. Alles gut. Okay Baby. Ich hab's hier hin. Wuhuhuhu. Der Switchgang denn immer top, ich denn immer bot. Ja, sagen wir es mal so. Ja, ich könnte schon mal auf. Okay, schöner Puck. Ich bleib hier stehen Soll ich noch mit Bord kommen oder was? Soll ich Habe ich gleich gemacht, ich bin da nicht Schade Ah ja, fast schweig Soll ich los. nur noch die live pushen und dann gehen wir ja ist das jetzt auch wieder da also die katta ist aber auch nicht so der birner aber vielleicht kommen ihre krassen sicken plays noch und was macht ihr denn da? oh god, oh god ist das nicht worth gewesen? nein! oh god, was klickt denn der da nicht drauf? doch ich hab den gott sei dank ist das nur flex hallo? take and kill? ja, marvin, für drei, für drei leute einen kill, ne du, das kannst du jetzt auch nicht mehr schönreden, echt nicht ich bin level 6 ja, ich auch und ich kann es verstehen, warum ich da nicht wirklich geflogen bin, ich hatte eigentlich draufgeklickt, glaube ich dann halt auf die dann halt auf die dann halt auf die ja, das geht doch hier wurden und klären jetzt erst mal Hm. Einfach rennen, wir können die nicht weiterfahren. Jo, gehen wir einfach weg. Jo. Alter, was fightet denn der da jetzt so durch? Ja, das verstehe ich auch die ganze Zeit nicht. Vor allem gegen den Schreck hat er halt nichts machen. Ich finde das schon gut. Das war eigentlich so schlecht von ihm, dass er das überlebt hat. Das ist echt traurig. Oh, Achtung. Jo, dann hau ab. Hau, 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 hau. Okay, okay, ich wurde gebaitet. Ah, fuck. Ach, da steht 5-1, deswegen. Das erklärt einiges, Entschuldigung. Oh, das muss ich mir jetzt die ganze Zeit vor Augen gehalten, damit es nicht so traurig ist. Was macht die Katta da? Was macht die Katta da? Katta? Was? Katta? Oh, Katta macht ein bisschen Damage. Hm. Denkt ihr nicht. Gibt's? Ja. Ja, der Torwart fällt jetzt halt. D-D. Far de! Alles klar. Ja, da stand auch schon 2-1. Da steht so. So, ja, der Torwart ist ein bisschen strong. Guck. Irgendjag haben wir heute kein Glück. Nee, aber hey, ich bin doch froh, dass wir das eine Folge gewonnen haben. Und wie gesagt, Flex ist mir in dem Sinne halt egal, weil Solo Duo ist mir mein Rank persönlich einfach wichtiger. Tschüss. Ja, das ist ja auch nicht anders. Ich hab halt vor zwölf Minuten gewusst. Aber es stört mich halt nicht, wenn ich jetzt in Flex irgendwie Eisen wäre oder so, würde ich mir halt denken, okay, meine Güte. N.P. würde ich mir dann nennen. Achtung, Twitch, 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 Twitch. Aaaaaaaaaaahенноеeeees. Oh mein Gott. Okay, hau ab! Hau ab! Soll ich auch gleich grad kommen? Nein! Verpiss dich einfach, Mami! Okay, gut. Jetzt ist die Gefahr weg. Oh, jetzt... Achtung, Mami, wir sind auch da? Ja, wollt ihr rein oder nicht? Ja, wir gehen ins Mitte, wir gehen ins Mitte. Was trinkt denn jetzt grad? Bob trinkt grad gar nichts. Ja, der typisch hat drei Level über mir, gell? Ja, deswegen komm ich da. Der killt mich in einer Kombo. Ja, dann lass dich dich von der Kombo treffen. Jetzt müsst ihr ihn aber holen. Ja. Bei uns. Ja, ja, egal. Egal, Sexta. Egal! Lass ihn doch einfach! Sexta, egal. Na gut, jetzt ist trotzdem noch die da. Jetzt gehen wir noch auf Geation und dann passen wir. Na, wenn die jetzt... Die darf nicht wegkommen. Soll nicht weg. Ja, die könnte auch, die läuft in die Base. Ja, Katharina kann doch nicht spielen. Ja, aber dann halt die Cutter-D halt. Aber so schicken. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich Mitte durchpushen. Äh... Bot und Mitte müssen wir jetzt eigentlich pushen. Das war schon nochmal sehr cool. Hopf fällt jetzt eh. Weil wir 600-Game-Piles haben. Naja, oder Kevin, wir holen uns einfach wieder die festen Kits? Hm. Ja. Ja. So, ich... Ich würde empfehlen, dass wir beide weggehen. Die Valve gar nicht mehr nehmen. Ich darf nicht mehr pingeln. Ich möchte aber! Ich möchte was loswerden! So, jetzt bitte. Die Drop hängt da beim Erold rum. Ja. Ich habe halt gerade keiner. Ja. Ach, scheiße. Dreck. Okay. Der war ein bisschen der zu schnell. Ich will die jetzt noch. Ich will die jetzt noch. Na, als Zuschauer wegkommen. Na, der kommt gerade weg. Ja. Na, der hat nen Dash. Nee, der kommt schon weg. Okay. Klar. Ja. Story of the day. Bot, den gewinnt jedes Spiel, aber trotzdem verlieren wir. Ja. Also, ich habe meinen Chunk auch gewonnen. Kein nix dafür, wenn ihr den Twitch spieltet. Was ist los? Kein nix dafür, wenn ihr einen Twitch spieltet. Ja, wir! Nein! Nein! Es haut schon eher hin. Also, Leona ist mitunter der einzig solide Champion, den ich spiele. Wo ich auch jetzt nie wirklich richtig BAD performe. Ich hatte zwar schon ein, zwei Games, wo ich nichts getroffen habe, aber... Ja, Baby. Kriegst du den? Ja, ja, komm! Ja, da kommt gleich die ganze Bot. Guck mal, die kann man auch noch mitnehmen. Also, die kommt nicht, aber wir können zu ihr hin. Ja, wir haben mit Achtung, du bist ein bisschen arg viel schneller als hier. Können wir mal anbeuten. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ne, die sind sogar noch da. Ja, auf auf den Weg. Ah, schade. 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 Gut. Ja, aber ich glaube, da hätte ich auch nicht als erstes rein können. Alles gut. Er muss rein. Ja, aber dann... Ich war ja auf dem Weg, aber ich... Ich war ja auf dem Weg, aber ich... Da kommt der Rest. Ja, renn da rein. Ja, weil wir kommen jetzt auch von oben. Ich wollte eigentlich nur meinen Blue machen. Aber Achtung, wir holen jetzt die Kette. Dann müssen wir mit angreifen. Ja, das ist ja weg. Außer ihr geht von hinten rein. In Weiger, auf den Weiger. Auf den Weiger war das nicht so weh. Scheiße. Ich war alleine auf dem Weg. Das war jetzt gerade... Blöd von mir, weil ich dachte, du lebst länger. Ja, leider nichts. Da bin ich zu. Und da warst du leider schon... Ja, da warst du leider schon tot und da ging mein Edan noch raus. Ah, schade. Egal, anlackig einfach. Ich find's so geil. Die Lulu ist die schlechteste Lulu, die ich je gesehen hab. Aber... Sie haben doch gerade relativ gut geultet, fand ich. Ja, nein. Problem ist, sie steht einfach immer rum, bewegt sich nicht und drückt ganz, ganz random ihre E. Und ich find's immer witzig, wenn... Also das ist die vermutlich Anfängerin einfach. Die wird halt vielleicht Level 30 zeigen oder so gerade mal. Ähm. Oder 25 oder keine Ahnung. Und die spielt halt wirklich nicht gut. Hier ist... Ja gut, du bist halt da allein. Da kommen halt alle. Ja, dann halt nicht. Aber während ihr mitmacht... Achtung! Jaaah! Ich musste irgendwo langlaufen. Schade. Da war ich jetzt auch immer noch so unlucky. Na, ich dachte da hat sie nur drei. Aber... So ist deine Vermörung ins Kevin weggekommen. Also... Oh nice, das war der Plan. Es hat doch super funktioniert. Und ich hab mich geopfert. Es war doch geil. Aber die waren echt grad probiert. Okay. Äh. Ich würde vorschlagen... Wir regroupen mit. Wir müssen ja erstmal heim Geld ausgeben. Ja. Oh man. Achja. 12-2 Twitch. Oh oh. Äh. Achtung! Ich komme. Ich komme. Aber ich bin noch weit weg. Okay. Okay. Bin da. Ich glaube da drüben stirbt. Also geh doch auf den Sub anstatt auf den... Auf... Wisse doch. Achso. Geh weg da man. Ich glaube da können wir gar nicht mehr. Hab ich vor. Einfach weg. Meanwhile Kevin Botlane. Das ist okay für mich. Achso Kevin. Äh Marvin. Oh Gott. Ohhhh. 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 Ich bin der Ufgeer. Ohhhh. Ohhhh. Ja ich muss erst kurz einkaufen und dann kann man da in der Mitte was machen. Hab das Gefühl die haben unseren ganzen Jungle geworden. Haben sie vermutlich auch. Wobei war grad schon klar ich dass ich da bin. Ja haben wir hier. Ahja ok. Oh hi. Wieso fighten die da jetzt grad? He. Achso ok gut. Ich hab nicht gesehen dass das Ding war. Done is ok. So punko. He. Ich will eigentlich gar nicht fighten grad. Wieso nicht. Shen ist top und hat vermutlich ult. Ja ok. Dann. Auskommen würden. Ja. Jetzt nicht mehr. Er ist zu spät. Und der pusht halt den zweiten? Ja. Na dann. Soll ich hoch oder? Ja ja. Einer muss hoch. Ja. Aber du kannst schon eher gegen den dealen als ich. So. Ich hab eigentlich. Ich will eigentlich gar nicht mit dem dealen. Ja aber. Powerlifte wahrscheinlich einfach nur. Vielleicht kommt ne ulti geflogen wahrscheinlich. Ich bin größter. Ich hab gar nicht mehr. Ich turn. Oh komm schon. Hi. Hör ich wieder zu ich komm oder was? Was macht denn der? Na ahnung. Achtung. Geht doch auf Twitch. Wieso. Geht kein Saum. Ja nicht warum wird er überhaupt fighten. Egal es ist jetzt eh vorbei. Aber wieso. Ich hab keine Saum auf Twitch gegangen. Weil davor zwei andere Leute waren. Ich kann schlecht durch die alle durchrennen. Das ist strange. Es sind ja noch fünf. Woll ich mich verarschen. Hm egal. Wie gesagt. Unser Team war nicht das beste. Wir haben auch nicht die beste Performance hingelegt. Vielleicht können wir es halten. Wenn nicht nicht schlimm. Marvin sterbt nicht extra oder so. Lass es einfach so. Es passt schon. Marvin. Ja. 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 Ich hab's immer noch was kaufen können. Nein die hätten auch beenden können. Ja zu uns sollte das Ende sein. Ne ich glaub nicht. Na ja. Ja. Ganz klar. Ich meine Kinder noch 2 Tower gewählt. Hört 3 Kind 2. Eigentlich können wir die halt gut fighten. Aber. Ich weiß nicht. Oh. Ja. Hör ich kann man nicht mehr ansatzweise dealen. Au. Au. Alter. Der kann mein Stun blocken. Ach. Okay. Ähm. Ja. 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 Ne das ist. Der Tower ist das. Welcher Spot. Dann müssen wir jetzt rein. Ich hab's rein. Keine Wiedung. Keine Wiedung. Ja. Ne. Ja. Wäre Cutter mit rein hätten wir eventuell ein bisschen schaden gemacht. Ah, winkel. Mit welchem. Ne. Wie. Wie. Wir machen noch was. Tauf! Komm! Komm wir, die noch gehen hier noch Dann halt ihn! 1, 2, 3 Okay. Achtung ihr beiden, da könnte noch der Rest vom Team kommen, ne? Wuh! Ah geil, nice help! Ja egal. Wenn ich weglaufen habe, hätten wir den gekriegt? Wie denn? Der Twitch hat mich gekillt. Wenn die Ace dasteht und ich hier unten, dann komme ich nicht mehr an die ran, wenn da ein Twitch mit Red Buff ist. Wahrscheinlich hat der 16-3 ein bisschen mehr Schaden als ich. Ja, aber trotzdem hättest du mir die gekriegt. Ach, am Arsch. Jetzt ist es eh los, wie sollen wir das denn defend? Ja das war schon ab Minute 1 los, weil keiner Bock hat. Ach Quatsch, ab Minute 1 los. Na genau. Quatsch. Logisch. Mann. Keiner Bock, wir kriegen irgendwie nur idiotische Teammates da. Ja. Möchte gern Süders Mains. Ja. Der war's gut. Und wer macht die Minions? Immer. Keiner Bock. Und wer kommt auf die Minions? Ja, halt. Hier ist mehr als aber viele Minions, ja. Da sind einfach hier. Ich muss wieder rauspauen. So viele Minions. Guck mal die Age. Sag nicht, wir kommen nicht ran. Du bist zu schnell. Oh, okay. Und wir müssen die Falten. 20.000 Sekunden. Brrrr. Oh.